Letzte Chance. Ergebt euch. Das hat uns diese Hure eingebrockt. Tötet ihr in Angriff! Euch beide hatte ich hier nicht erwartet. Wir dachten, du könntest unsere Hilfe gebrauchen, deshalb... Rexa, wir haben keine Zeit für Erklärungen. Wo ist Rena? Rena werden jede Menge Fragen beantwortet, das spüre ich. Gut, dann mal los. Gut, dann mal los.